Die 13. Waffen-Gebirgsdivision der SS-Hanschar war eine Gebirgsdivision der Waffen-SS, welche hauptsächlich aus muslimischen und kroatisch-bosnischen Wehrpflichtigen bestand. Das Truppenkennzeichen war ein Hanschar, ein arabischer Krummsäbel, welcher noch aus der Zeit des Osmanischen Reiches stammte. Diese Einheit war die erste nicht-germanische Waffen-SS-Division und ihre Gründung markierte die Erweiterung der Waffen-SS zu einer multiethnischen Streitmacht. Von Februar bis Dezember 1944 führte diese Division eine Aufstandsbekämpfungskampagne gegen die kommunistisch-jugoslawischen Partisanen im heutigen Kroatien und Bosnien durch, um damit einem nationalsozialistischen Marionettenstaat am Leben zu erhalten. Die 13. Waffen-Gebirgsdivision der SS-Hanschar erwarb sich einen Ruf der Brutalität und Wildheit, nicht nur während der Kampfhandlungen, sondern auch für Gräueltaten, welche diese gegen serbische und jüdische Zivilisten ausübte. Im Mai 1945 kamen die Reste dieser Division im österreichischen Kärnten in britische Gefangenschaft. In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte über die 13. Waffen-Gebirgsdivision der SS-Hanschar. Los geht's! Als der unabhängige Staat Kroatien am 10. April 1941 während der deutschen Invasion Jugoslawiens seine Unabhängigkeit proklamierte, beanspruchte er einen Teil des Territoriums der ehemaligen österreichisch-ungarischen Provinz Bosnien und Herzegowina. Die Provinz war eine ethnisch-religiöse Mischung, wobei ein Teil der Bevölkerung katholische Kroaten, ein Teil orthodoxe Serben und ein Teil muslimische Kroaten waren. Es waren diese muslimischen Einwohner, die Himmler und die SS bei der Rekrutierung einer kroatischen SS-Division ins Visier nehmen wollten, obwohl ein Teil der Männer der zukünftigen Division auch katholische Kroaten sein sollten. Die Gründe für die Rekrutierung insbesondere der muslimischen Kroaten durch die SS waren sehr vielfältig. Zum einen war Himmler vom islamischen Glauben fasziniert und hielt Muslime für furchtlose Soldaten. Himmler schloss sich auch der Propagandatheorie an, dass die Kroaten und damit die kroatischen Muslime in Wirklichkeit keine slawischen Völker, sondern arischer, gotischer Abstammung seien und daher rassisch rein sein und damit für die SS akzeptabel. Die Tatsache, dass diese lächerliche Theorie keiner ernsthaften Prüfung standhalten würde, wurde bequemerweise ignoriert. Schließlich hofften die Deutschen, die 350 Millionen Muslime der ganzen Welt im Kampf gegen das Judentum, den Bolschewismus und das britische Empire auf ihre Seite zu ziehen. Die Schaffung einer europäischen und muslimischen Abteilung wurde als ein größeres Ziel angesehen. Adolf Hitler billigte Himmlers Idee am 13. Februar 1943. Vor der Aufstellung der Division musste jedoch auch die Zustimmung der kroatischen Regierung erteilt werden, da ihre Bürger auf kroatischem Gebiet rekrutiert werden sollten. Der kroatische Poglavnik, Ante Pavelik und seine Minister hatten viele Probleme mit dieser Idee, stimmten aber schließlich der Gründung der Division am 5. März 1943 zu. Die Divisionsstärke erreichte Mitte 1943 die erforderlichen 26.000 Mann, obwohl nicht alle Männer Freiwillige waren. Einige wurden gezwungen, bestochen und sogar verschleppt. Von den 26.000 Rekruten waren 2.800 katholische Kroaten und keine Muslime. Die neue Division erhielt die Nummer 13 und hieß ursprünglich 13. SS-Freiwilligen Gebirgsdivision Kroatien. Die vollständige Bezeichnung 13. Waffengebirgsdivision der SS-Hanschar wurde erst im Mai 1944 vergeben. Ein Hanschar war ein gebogenes türkisches Schwert, der Skimitar. Dieses Schwert war historisch das Symbol von Bosnien und stammte noch aus der Zeit der Osmanischen Reiches. Die Division sollte aus zwei Infanterieregimentern, einem Artillerieregiment, einer Aufklärungskompanie, einer Panzerjägerkompanie, einem Pionierbataillon und weiteren Unterstützungseinheiten bestehen. Erster Kommandant war vom 9. März 1943 bis zum 1. August 1943 SS-Standartenführer Herbert von Obwurzer. Oberführer Karl Gustav Sauberzweig übernahm dann bis zum 1. Juni 1944 das Kommando, als ihn Oberführer Desiderius Hampel ablöste. Hampel befehligte die Reste der Division bis zur Kapitulation am 8. Mai 1945. Die Uniform, welche von der Division getragen wurde, war eine reguläre SS-Ausgabe, mit einem Divisionskragen, auf dem der einen Arm einen Hanschar hält und das Hakenkreuz. Kopfbedeckung war der muslimische Fesch, in Feldgrau für den Normaldienst oder Rot für den Ausgang, mit dem SS-Adler und dem Totenkopf in der Mitte. Nichtmuslimische Mitglieder konnten sich dafür entscheiden, die normale SS-Bergmütze zu tragen. Im Sommer 1943 brach die Division zum Training im besetzten Frankreich auf. Im französischen Ort Villefranche wurde diese Division zur einzigen SS-Division in der Geschichte, die meuterte. Dieses Ereignis wird unter den heutigen Historikern vielseitig diskutiert. Doch wahr ist, dass einige deutsche Offiziere während der Meuterei getötet wurden. Tatsache ist auch, dass nur sehr wenige Soldaten an dem Aufstand beteiligt waren. Die Schuld kann auf drei Kommunisten gelegt werden, die in die Reihen der Division infiltriert waren. Und auf eine Handvoll unzufriedener Rekruten. Nicht nur, dass die große Mehrheit der Truppen nicht an dem Aufstand teilnahm, sondern die meisten entweder gar nichts davon wussten oder aktiv an seiner Niederschlagung mitgewirkt hatten, war diese Meuterei gar nicht so groß wie vermutet. 14 Soldaten wurden als Meuterer hingerichtet. Ab Februar 1944 führte die Division Operation gegen kommunistische Partisanen auf dem Balkan durch, wobei sie durch exzessive Grausamkeiten auffiel. Im Frühjahr und Sommer 1944 wurde die 13. Waffengebirgsdivision der SS Hanscha in Nord- und Ostbosnien stationiert und übte als Vergeltung Mord und andere Verbrechen an der dortigen serbischen Bevölkerung aus. Die genaue Anzahl der Opfer ist nicht bekannt. Jedoch wird diese bis auf mehrere Tausend geschätzt. Die bosnischen SS-Einheiten operierten auf dem nominell von der Ustascha kontrollierten Gebiet des unabhängigen Staates Kroatien und kämpften zusammen mit den kroatischen Streitkräften unter einem gemeinsamen Oberkommando, das ab 1943 offiziell dem Deutschen Reich unterstand. Sie waren jedoch kein Teil der Ustascha oder der Armee des unabhängigen Staates Kroatien, sondern wurden von deutscher Seite selbstständig aufgestellt. Trotz der Einwilligung der kroatischen Kollaborationsregierung zur Rekrutierung wurden diese SS-Verbände misstrauisch beobachtet, da die Regierung bosniakischen Separatismus befürchtete. Nach den militärischen Erfolgen der Partisanen unter Tito im September 1944 forderte dieser in einem Ultimatum alle kroatischen und bosnischen Soldaten auf, sich den Partisanen anzuschließen. Rund 2700 Mann der Hanscha-Division kamen dieser Aufforderung nach. Als die Ustascha als Gegenmaßnahme versuchte, die muslimische Bevölkerung mit Gruppenhinrichtungen einzuschüchtern, zerfiel die Division weiter. Im Oktober 1944 meldeten die deutschen Behörden in Zagreb nach Berlin, dass die Verbände nicht mehr einsetzbar seien. Im Dezember ließ Himmler die Division auflösen. Soldaten, die weiter zu den Deutschen hielten, wurden in andere Truppenteile eingegliedert oder kamen als Fremdarbeiter ins Reich. Beim Rückzug vom Balkan wurde das kroatische Personal entlassen. Die Reste der Division gerieten später in Kärnten in britische Gefangenschaft. Das war es heute zur Geschichte der 13. Waffengebirgsdivision der SS Hanscha. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und einen Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.